So, willkommen zurück. Wir sind immer noch beim aufgetankten Ärger. Und wir kacken, wir kacken hier vollkommen ab. Ich schaffe das Level einfach nicht. Und ich zum Glück, ich schaffe es nicht. Obwohl ich eigentlich von mir selber sagen muss jetzt gerade, ich spreche ziemlich gut. Ich schlafe mich eigentlich nicht gut. Auch nicht gut genug. Scheiße. So nicht in der Falle. Ich muss erst mal mitnehmen. Wie soll ich denn das machen? Ja, jetzt fällt es weiter. Klar! Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich muss es nicht. Aber es geht nicht. Obwohl diesen Leifen schaffe ich es nicht. Ich brauche diesen Leifen. Ich muss das eine fast mitnehmen. Aber ich habe keine Wahl. Toll. und und das war das Null Leben Leute wir werden jetzt noch einmal schön sterben, dann sind wir hier sowieso wieder gehoffert was euch leider schlimm ist die 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 Tschüss.